Ich will Ihnen etwas jetzt mal zeigen im Seminarstil, wie ein Schauspieler dran ist, der nun in exakter Regie und exakter Technik seine Aufgabe bewältigen muss. Eine ganz kleine Szene, Einstellung 242. Ein Herr steht hier und trinkt gerade Kaffee und in diesem Moment, wo er einen Schluck ansetzen will, ist ein Herr zur Tür reingekommen und er sagt, aha, da sind Sie ja, Herr Schröder. Das ist das Ganze. Also sehr einfach so. Das wird erst mal geprobt, so. Aha, da sind Sie ja, Herr Schröder. Also sehr einfach. Jetzt kommt aber gleich die Kamera 1 und der Beleuchter, wobei gleich jemand sagt, Herr Wink, das ist sehr schön schon, aber wenn Sie so gehen hier, ja, sind Sie ganz schwarz. Tun Sie uns den Gefallen und gehen Sie hier, ja. So. Nein, nein. Nehmen Sie es da und sagen, aha, da sind Sie ja, Herr Schröder. So, sehr schön. Von da. Aha, da sind Sie ja, Herr Schröder. So, jetzt kommt der Zweite und sagt, das ist der Ton. Können Sie da ein bisschen, wenn Sie so runtersetzen, das haut ja, das wird wie Donner in meinem Mikrofon. Ich weiß, das ist ja, wenn Sie ganz, sehr schnell, aber ganz langsam, so sind Sie ja. Aha, da sind Sie ja, Herr Schröder. Nun kann es aber noch nicht gedreht werden. Nun kann es noch nicht gedreht werden. Ihr Regisseur, es muss jetzt, jetzt kommt noch ein Kameramann, der sagt, Also, passen Sie auf, da müssen wir etwas mogeln. Da müssen wir mogeln. Also, wenn der Schröder kommt, machen Sie so, aha, Sie müssen dahin gucken. Dann wirkt das so, als ob Sie dahin gucken. Aha, da sind Sie ja, Herr Schröder. So, jetzt kommt einer. Der Nächste sagt dann, sehr schön, nur eine Kleinigkeit. Ich muss Ihnen das sagen, wenn Sie darauf achten wollen, wenn Sie die Tasse hier, hier haben, ja. Hier ist sie nämlich nicht mehr im Bild. Hier habe ich sie ganz groß drin. Aha, da sind Sie ja, Herr Schröder. Beendet diese Geschichte, die endet so, dass alles klappt und der Letzte ist dann ganz bescheiden und sagt, ich möchte nicht nochmal Verwirrung reinbringen, aber hier ist, also ich komme nämlich genau so rüber und gehe da, habe ein herrliches Bild. Können Sie mir den Gefallen tun und wenn Sie die Tasse absetzen, vorher so.